Hat CDU-CSU-Kanzlerkandidat Armin Laschet doch noch eine Chance, Nachfolger von Angela Merkel zu werden? Über die Koalitionsmöglichkeiten in Deutschland haben wir mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch gesprochen. Sie sagt zum Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Armin Laschet hat ja nur eine Chance noch, sein politisches Überleben zu sichern. Und das wäre tatsächlich die Formierung einer Jamaika-Koalition. Wenn ihm das nicht gelingt, dann wird Armin Laschet auch nicht mehr sehr lange CDU-Vorsitzender sein. Auf Seiten der CSU musste sich Armin Laschet anhören, dass er im Wahlkampf kein Fettnäpfchen ausgelassen habe. Und das hätte man sicherlich Markus Söder nicht vorwerfen können. Bei den Verhandlungen zwischen den Grünen und der FDP wird es wohl um Sachfragen gehen wie Steuern und um das Ausloten von Kompromissen. Unter Umständen könnte es darum gehen, vielleicht den Kohleausstieg zeitlich nach vorne zu ziehen. Die beiden Kleinen können einiges besprechen, aber nichts alleine unter sich aus machen. Die CSU unter Markus Söder schaut bei den anstehenden Verhandlungen schon auf die Landtagswahlen in Bayern. Für die CSU kann es unter Umständen, mit Blick auf die bayerischen Landtagswahlen im Herbst 2023, kann es unter Umständen attraktiver sein zu sagen, wir wollen jetzt nicht eine Jamaika-Koalition auf Teufel komm raus. Wir wollen lieber uns konsolidieren als Union und vor allem als CSU in Bayern erfolgreich sein. Und da ist natürlich eine rot geführte Ampel wesentlich für die CSU, wesentlich einfacher als Wahlkampfthema und als potenzieller politischer Gegner, als wenn man selbst eine ja etwas schwache Jamaika-Koalition anführen würde. Ausschließen will Ursula Münch weder eine erneute große Koalition noch eine Jamaika-Koalition mit CDU, CSU, Grünen und FDP. Also wenn jetzt die CDU, CSU mit Armin Laschet ein unerwartetes, großes Verhandlungsgeschick an den Tag legt, dann ist das genauso viel wert wie Umfragewerte für einen Bundeskanzler. Das ist ja im Grunde immer nur etwas, was fiktiv gemessen werden kann, weil der Kanzler bekanntlich nicht vom Volk gewählt wird, sondern von den Abgeordneten, der Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag. Und auf diese Mehrheit kommt es an.